Hallo und herzlich willkommen zurück zur Partie gegen Petisch. Ja, ich bin mal gespannt, was diese Runde passiert ist. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Ja, das ärgert mich jetzt, dass die Verluste, da war ich jetzt vielleicht etwas zu Armee wieder. Und, ja, ganz toll, strategischer Bomber, Zerstörer, Jagdflugzeug. Okay, wir kriegen immerhin neue Einheiten, eine Adlerie und ein Chor. Okay. Oua. Das hat er getan. So. Ähm. gut der ist jetzt damit eingekesselt und so die können wir alle nicht aufladen dann können wir einfach mal gucken was sie da reißen so der hat leider auch keine vernünftige dinges so 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 sehe ich den nicht so ok du gehst mal da hin dann müssen wir mal gucken da unten ist ein Partisaner dann verlegen wir den schon mal da unten hin so ok also so langsam aber sicher wird es was das hier ist natürlich kacke die haben fünf leider nur versorgung leider nur eine schlechte versorgung gut machen wir unten mal weiter sehen aber dass wir da keinen großen Erfolg haben ok ok weiß ich natürlich nicht ob dahinter einer ist das sehe ich jetzt leider auch nicht hatte ich den bereit gemacht hatte ich nicht so war der keine das gar nicht okay so dann müssen wir mal gucken also der hat fünf dahin gehen okay es bleibt dabei dass die versorgung kacke ist sagen und dann würde ich mal da geht es doch einfach unfassbar ja gut das ist moment wir machen das immer anders das war jetzt dumm weil ich hätte das hauptquartier erst mal dahin verliegen müssen ändert aber nichts an der schlechten erwartung unfassbar gut aber wir sollten hier bald durch sein ja gucken wir unten erst mal weiter also den könnten wir auf jeden fall aus dem spiel nehmen so du lädst dich mal bitte auf das wären 2 zu 1 das ist jetzt nicht so überzeugend muss ich sagen kommst du eh nirgendwo hin das heißt du lädst dich mal auf und ansonsten ansonsten gucken wir einfach mal der kommt da leider nicht hin so okay ich weiß nicht ob die noch flugzeuge haben also wer kann noch die beiden können noch so wie ich das sehen die drei stück können sogar noch den auszuschalten würde mich auch reizen du kommst es erstmal hier hinterher würde ich sagen das heißt wir machen jetzt erstmal was anderes mit was anderem weiter so 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 weiß ich natürlich nicht ob da noch einer ist jetzt nicht unbedingt danach aus um zurück und gut du gehst so jetzt ist immer noch die frage wen greife ich an wenn ich angreife also einer sollte auf den drauf gehen würde ich sagen so und dann hätten wir noch ein ok die kommen leider nicht dahin das ist blöd wo wir hoffen dass die das überleben jetzt könnte ich natürlich auch gucken was der gegen den sagt gut aber lassen wir das erst mal den spaß wie sieht das mit der versorgung aus 12 13 34 42 ja es wird leider nicht besser so und die sind leider auch beide in versorgungsnot gestorben was natürlich schlecht ist wieso sind sie denn so stark weil ich die uni kaputt kriege das ist nämlich die scheiße da rein und ja du gehst nee das macht keinen sinn da hinzugehen das macht noch weniger sinn wie sieht denn das eigentlich mit der forschung aus machen wir mal luftabwehrwaffen kommen zack die italiener haben wir jetzt nicht mehr genügend geld zum forschen okay dann werden wir jetzt erstmal mit den deutschen den die mechanisierte einheit zurückkaufen und dann haben wir noch 275 könnten wir zwar schon ein jagdflugzeug für erwerben das würde genau gehen das kostet 240 nami ist wahrscheinlich zu teuer jawohl könnten natürlich auch ein u-boot kaufen für 240 ach so wegen den schiffen müssen wir noch gucken genau so dich upgraden wir mal dann haben wir hier noch ein schlachtschiff was nicht so richtig weiß wo es hin soll hier in hafen rhein du kannst mal anfangen hier so langsam zu befestigen ok ja also hier sieht es echt kacke aus muss man sagen mir komme ich nicht so richtig vorwärts aber 105 83 das geht noch weiter runter 91 leider auch 84 immerhin wieder ein bisschen mehr verloren 500 mp mp von 800 verloren ja italiener haben 210 verloren das ist viel gut ja die briten 900 also verluste sind schon ziemlich hoch gut ich habe auch jetzt diese runde 370 etwa verloren das ist eine ganz schöne stange ja sie gehen ordentlich massiv in die in die forschung rein also wenn man sich mal guckt mp das wollte ich jetzt eigentlich nicht sondern die sowjets ja also für 500 mp da können die schon eine menge machen leider gottes gut also wenn wir jetzt gucken nächste runde dann sieht das zumindest bei vielen einheiten ganz gut aus ja also hier müssen wir dringend sehen dass wir weiter kommen hier steuern wir jetzt zum glück direkt auf smolensk vor das wäre natürlich auch so ein ziel hier bleiben wir erstmal defensiv es kommen ja noch neue einheiten ach so jetzt habe ich immer noch nicht die frage beantwortet was ich mir jetzt kaufe das war zu teuer die spezialeinheiten sind glaube ich auch dann zu teuer nee das würde noch gehen dann würde ich sagen kaufen wir uns halt noch eine zweite spezialeinheit ja und dann haben wir jetzt nochmal ein befehlshaber und eine armee die kommen in diesem jahr und halt im nächsten jahr kommt noch eine ganz schöne menge gut ich hoffe mal der panzer überlebt das ähm hatten wir jetzt schon alle nee der hatte noch nicht aber ich glaube ich keinen mehr dagegen feuern kann bin ich mir jetzt nicht sicher wobei er müsste eigentlich auch schon so also der hat jetzt noch mal ordentlich einen auf den senkel gekriegt das ist schon mal ganz nett ähm also ich sehe jetzt noch zwei kurs eine armee zwei panzer und den aufklärer ähm das heißt er hat schon noch im endeffekt mehr einheiten als ich aber ja seine flugzeuge sind eigentlich nicht mehr so richtig existent ähm der bomber hat jetzt auch noch ein bisschen schaden gekriegt das heißt der wird da jetzt erstmal nicht mehr so großartig äh da eingreifen können ähm ich wollte mir noch überlegen mit dem da anzugreifen das hat sich jetzt nicht gerade gelohnt muss man sagen das wäre keine gute idee da kann nämlich abschneiden wenn er da raus geht das sollten wir lieber sein ähm ja äh wie viele hauptquartiere ich könnte noch zwei stück könnte ich noch kaufen also das sollte ich dann jetzt auch mal in angriff nehmen ähm das flugzeug wird bald fertig das ist schon mal gut panzer dauert noch ne dauert noch eine weile ähm ja hier ist sowieso die frage was ich als nächstes mache äh äh eventuell mal gehe ich dann doch mal in den panzer rein dass der ein bisschen was reißen kann ähm weil jetzt so an und für sich bringt er einfach überhaupt nichts derzeit ja also es sieht nicht gut aus das kann man schon mal festhalten ähm hier waren wir noch nicht tätig geworden genau äh hier waren wir noch nicht tätig geworden genau keine ahnung wo er hin ist aber äh ja wir gehen einfach mal so ein bisschen suchen aber finden leider nix so ja also wie gesagt chor haben wir jetzt noch dazu gekriegt und äh ja das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus ähm ich muss dringend die nationale moral der sowjet schwächen also ähm ich muss dringend die nationale moral der sowjet schwächen also ähm ich muss sehen dass ich äh den nepo petrovsk das ist äh kein nm ziel aber äh smolensk noch nehme ähm das wäre dann schon gewissermaßen wichtig ja und ansonsten versuche ich halt ähm hier ähm Richtung moskau vorzustoßen erstmal und äh lasse äh leningrad erstmal nur äh verteidigt also bleibt da defensiv und ähm gucke halt dass ich Richtung moskau vorrücken kann und dann ähm ja wenn ich moskau habe ähm Richtung äh wolok da vorrücke aber das ist halt alles noch zukunftsmusik weil er schafft es echt mich da äh ordentlich in die Bredouille zu bringen jetzt hat er das alles mit armeen vollgepflanzt ähm gut das Chor ist bald Geschichte aber das bringt mir halt alles nicht gerade viel ok also ich werde dann wahrscheinlich ähm Anfang 42 eine Runde erstmal aussetzen müssen und äh ja meine Wunden lecken müssen also ich werde dann wahrscheinlich ähm Anfang 42 eine Runde erstmal aussetzen müssen und äh ja meine Wunden lecken müssen Diplomatie ja da tut sich halt nix mehr ist jetzt halt mit allen da drin ist die Frage ähm lohnt sich das woanders rein zu investieren aber ähm ja erstens habe ich dazu kein Geld mehr und zweitens was was würde sich anbieten Spanien könnte ich natürlich machen ähm ähm andererseits sind das glaube ich nur 6 ähm 6 mal 5 also 30 glaube ich oder oder 20% oder sowas die ich da maximal reingehen kann ob das so viel bringt ja Tunesien ist Blödsinn Vichy Frankreich auch Algerien auch ähm also Türkei wäre noch äh so eine äh ja Möglichkeit dass man dann ähm ja muss ich mal gucken ob ich das vielleicht nächste Runde mit dem Deutschen mal mache müssen wir mal schauen äh äh okay stören die Versorgung das noch in Ostafrika die Dings packt äh weiter mit das Flugzeugstufe 3 das ist sehr schön 803 MPP und 114 für Italien gut ja ich hoffe dieser Part hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Ciao Ciao ciao